Jo meine Leute, willkommen zu NBA Season 2022-2023 Predictions, los geht's, Woche 1, Teil 2 von 3, los geht's. Heute um 1.30 Uhr, Philadelphia 76ers gewinnen unterliegen Milwaukee Bucks 101 zu 104, dann um 4 Uhr das Battle of LA, Los Angeles Lakers gegen Los Angeles Clippers live auf der Zone. Das Ganze geht 127 zu 125 für die Lakers. Herzlichen Glückwunsch. Dann morgen um 1 Uhr, Washington Wizards gegen Chicago Bulls. Bulls 113 zu 125 für die Bulls. Dann Indiana Pacers gewinnen gegen San Antonio Spurs 116 zu 112. Dann um 1 Uhr, Charlotte Hornet schlagen die New Orleans Pelicans 133 zu 119. Miami Heat gegen Boston Celtics. Das Ganze geht 102 zu 104 aus für die Celtics. Dann New York Knicks gewinnen gegen Detroit Pistons 127 zu 90. Dann Brooklyn Nets gegen Toronto WebTast. Das geht 123 zu 125 aus für die WebTast. Dann Atlanta Hawks gegen Atlanta Hawks gegen Orlando Magic. Dann um 2 Uhr, Minnesota Timberwolves gegen Utah Jazz. 116 zu 118 für Utah. Dann Houston Rockets gegen Memphis Grizzlies. 116 zu 112 für Houston. Und um 4 Uhr, Portland Trailblazers geschlagen die Phoenix Suns 127 zu 125. Und live auf der Zone Golden State Warriors gegen Denver Nuggets gegen Denver Nuggets. 123 zu 125 für die Nuggets. So, das war's von Woche 1 Teil 2 von Teil 3 der NBA Season 2020. 2020-23-Protection so lassen, like, da lassen oder vor da. Ciao!